Hallo, ich begrüße euch alle. Ich finde es toll, dass hier so viele Mitmenschen sind. Zum Thema Frieden möchte ich nur sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das, was wir hier machen, nämlich unseren eigenen Kopf benutzen, unsere Fähigkeit zu denken, selber Schlussfolgerungen zu ziehen, Informationen zu verarbeiten, daraus neue Informationen zu machen, das ist das, was uns dazu gemacht hat, dass wir so diskreditiert werden als Friedensbewegung. Denn das darf nicht sein, dass wir hier selber denken. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker und habe Flugzeuge repariert und so weiter. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe auf dem militärischen Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ein Flugzeug mit einer Sprüheinrichtung ausgestattet, was an unserem Himmel giftige Substanzen versprüht. Als ich mit den Beweisen dafür, den Fotos und allem Drum und Dran zu meiner grünen Abgeordneten im Bürgerbüro gegangen bin und gesagt habe, hier, so sieht es aus, ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung, ist drei Tage später mein Boss zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, ich muss dich entlassen, da werden von ganz oben große Räder gedreht, die ich nicht mehr halten kann. Ich kriege keinen Job mehr in der Luftfahrt. Jeder, der gerne wissen möchte, wie das aussieht und wie das gemacht wird, der kann dann zu mir kommen, ich habe hier alles mit. Ich möchte dazu nur sagen, als wir fertig waren mit dem Umbau dieses Fliegers, also wir haben den innen entkernt, haben die ganzen Tanks eingebaut, haben die Leitung gelegt, haben diese Sprüheinrichtung installiert, da wurde uns gesagt, ich war ja Zivilangestellter unter Kontrolle des Militärs, dass das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum das praktisch als Test macht, ja, der Flieger fliegt vorne weg, dann fliegt denen ihr Partikelmessflugzeug hinterher und misst Partikeldichte, Ausbringungsparameter und so weiter und so weiter. Die wollen ja schließlich wissen, wie sich das verbreitet. Und wir waren fertig und da kam dann das Militär und hat uns angewiesen, Vollschutzanzüge und Atemmasken zu tragen, denn die Tanks müssen jetzt befüllt werden und die Substanzen, die da reinkommen, ja, Aluminium, Sulfide, Bariumoxide, was weiß ich, sind durchsetzt mit Nanopartikel, großen Polymerverbindungen, die sind für euch hochgiftig, also ihr habt jetzt Schutzanzüge zu tragen. Und so viel dazu. Also ich wollte nur sagen, wir fliegen in eine ökologische Katastrophe und jeder, der das nicht begreifen will, den kann ich gerne die Beweise zeigen und ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Ich bin bereit. Vielen Dank.